So, dann werden wir uns mal den Wetterbericht antun. Komm schon, komm schon. Ja, ach so, ja, sorry. Und nun der Wetterbericht für morgen, den fünften. Ab morgens wolkenloser blauer Himmel. Ups. So. Wir wollen ja das ganze Programm mitkriegen, ne? Der vierte Tag des Frühlings. Veranstalt, ach ja, das ist immer noch das gleiche. Neujahrs-Gala. Eis schwimmen. Ein fröhliches neues Jahr Ihnen allen. Heute wollen wir in der kältesten Jahreszeit schwimmen gehen. Zumindest wollten wir das tun, aber anscheinend sind all unsere Gäste davongelaufen. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als müssten wir die Sendung abbrechen. Bis zum nächsten Jahr leben Sie wohl. Leben auf der Farm. Missverein! Na, Jimmy? Ich kann meine Gießkanne nicht gießen. Gießkanne nicht gießen. Wie kommt das? Gießkanne nicht gießen. Wahrscheinlich ist kein Wasser in deiner Gießkanne. Du musst sie mit Wasser auffüllen. Wie mache ich das? Nimm die Gießkanne in die Hand und benutze sie an einem Ort, wo es Wasser gibt. Zum Beispiel am Fluss oder See. Oh, 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 ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss sie irgendwo füllen. Füllen. Wo es Wasser gibt. Genau, wo es Wasser gibt. Oh, sorry. Ich kann Friendfy nicht nachmachen. Ich würde es gern. Ich glaube, ich muss das mal üben. Ich muss das mal für diese Sendung üben. Ich muss das unbedingt üben. Das ist mehr. Ach, schau mal an. Hier wächst sogar schon was. Ich glaube, wir müssen uns noch neues Saatgut kaufen. Aber erst mal, ihr wisst es ja. A, müssen wir Sachen ernten. Allgemeine Sachen klauen. Ups. So. Einmal. Zwei. Und wir müssen natürlich für die liebe Karin dann auch Blümchen mitnehmen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Echt jetzt. Echt jetzt. Mensch. So. Ach, komm. Ach, ja. Komm. Komm. So, jetzt die anderen zwei. Und dann holen wir zweimal Blumen und laufen in die Stadt. Und hoffen, dass Karin im Laden ist. Ich weiß nämlich nicht, wo die ist, wenn die nicht im Laden ist. Weil wenn die nicht im Laden ist, dann ist die halt nicht im Laden, wisst ihr? Das ist total philosophisch, was ich gerade von mir gegeben habe. Hier haben wir alles, ne? Ja. Ja, man kann ja wohl noch mal gucken, oder? Jetzt stresst mich nicht. Ach. Weißt du, wir laufen gegen eine Blume. Gegen eine Blume. Ich will das nur noch mal euch verdeutlichen. Wir laufen gegen eine Blume. Nicht mit einer Blume, nicht für eine Blume. Wir laufen gegen eine Blume. Und dann kann Mama noch so oft sagen, dass sie mit mir lachen. Sie lachen gegen mich. So. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Das ist ganz schlimm mit mir. Das ist der Regen. Der Regen weicht mein Gehirn auf. Und dadurch kann ich dann nicht mehr sprechen. Das ist einfach der Regen. Das ist auch der Regen. Ich versuche mich davor zu bewahren, dass mein Gehirn noch mehr vermatscht. Wir haben es doch nicht. Habt ihr es eilig? Also ich nicht. Ich habe es ganz gemütlich. Ich kann mir hier alle Zeit der Welt lassen, um mein Gemüse hier da zu lassen. So. Obst, ich habe die Blumen vergessen. Ich habe die Blumen vergessen. Nein. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Matsch, was spielt das dir? Ah ja, ich kann es. Ich höre es ja auf. Ich höre es ja auf. Mit so einer Maus. Ich hatte mal früher... Ich hatte irgendwann mal ein Tom und Jerry Spiel. Ich muss das unbedingt noch mal finden. Muss ich das auch mal aufnehmen. Ja, ich bin im Moment irgendwie in so einer Retro-Phase. In so einer Retro-Nostalgie-Phase. Was ja nicht das Schlimmste ist. Man muss ja nicht immer die unglaublichsten, genialsten, grafikbombastigsten Spiele spielen. Und ich finde, dafür, dass das Spiel von 2001 ist, ist die Grafik schon echt süß. Wobei ich nämlich glaube, es ist Friends of Mineral Town nicht später erschienen. Okay, ist natürlich eine andere Plattform. Kannst du nicht so vergleichen. Ah, nee, das waren Blumen. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Hä, hä, was müssen wir jetzt machen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht zu schwer. Ich spiele, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, genau. Also, wer mich hier reden hört, könnte, glaube ich, wirklich an meiner psychischen Gesundheit zweifeln. Von meiner Meta... Ja, ich habe es so drauf. Mach doch einfach die Tür auf, Junge. Karin, hallo. Guck mal, ich habe hier was... Ach, ich habe hier einfach was Schönes für dich. Guck mal. Nur für dich, mein Herz. Oh, vielen, vielen Dank. Nur für dich, mein Herz. Gucke mal. Oh, vielen, vielen Dank. Wer wissen du? Kennen wir dich schon? Ach, das Wetter wohl den ganzen Tag so bleibt? Es wird sicher überall mies sein, egal wo ich nicht gehe. Aber zu Hause halte ich es nicht aus. Mir hört kein Mensch zu. Doch, ich höre zu. Sag mal, Duke hat im Supermarkt schon wieder etwas anschreiben lassen? 5000, geh! Was hat er schon wieder hinter meinem Rücken gekault? Jeff, bitte verkauf Duke nichts mehr, okay? Jeff reagiert nicht. Diese schlechte Wetter schafft mich total. So, ich wollte eigentlich mit Jeff reden. Ich stecke bis zum Hals in Rechnung. Oh. Ich kriege halt einfach nichts auf die Reihe. Och, der Arme. Der tut mir irgendwie leid. Ach, die konnte... Aber ich denke, es ist gut für auch... Es ist gut für euch Farber, ne? Ja. Da muss man nämlich nichts selber machen. Das ist schön. Hallo. Die Klinik ist mittwochs geschlossen. Außerhalb der Klinik begegnen wir uns selten, nicht? Schon irgendwie. Und ich, äh, hole nochmal Saatgut. Und da ich noch keine Ahnung habe, was davon gut ist und was jetzt schlecht, nehme ich einfach mal... Ja, 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 wir wissen es. Ja, neun Saat, dann halt ganz... Oh, ja, ja, ja. Kauf, verkaufe die mir doch einfach nur. Rüben. Dann nehme ich noch... Nämlich... Nehme ich mal zwei davon. Ich nehme mal zwei Rüben. Rüben. Okay. Und dann nehme ich noch einmal Kartoffeln. Oder sollte ich zweimal Kartoffeln nehmen? Aber dann haben wir kein Geld mehr für so andere. Nee, dann nehme ich einmal Kartoffeln. Und ich nehme einmal Gurken. Einmal. So. Ach, die GEZ-Gebühr, die kann ich dann im nächsten Monat bezahlen. Ja. Nun, wir haben immer Saat... Ja, das wissen wir mittlerweile. Okay, was könnten wir denn noch machen? Sind wir hier schon mal lang gelaufen? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, warte mal. Gehen wir doch mal ins Gasthaus. Gehen wir doch mal hier rein. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Ne. Oh, coole Musik. Willkommen. Lasst ihr ruhig Zeit. Musik ist so schmissig. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Sag mal. Das sieht aus wie ein Pferdehändler. Das sieht aus... Kennt ihr den Knochenbrecher? Den Tamahanken? Was bezeichnet er sich eigentlich? Physiotherapeut? Ich weiß nicht. Der Knochenbrecher halt. Ich finde, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit ihm. Sag mal, du bist doch der von der Alex Farm, oder? Könntest du für einen Moment herkommen? Vielleicht? Gleich? Wenn du meiner Tochter das Herz brichst, bring ich dich um. Oh, das Mädchen ist meine Tochter. Ann, was hältst du von ihr? Sieht fröhlich aus. Siehst du? Sieht fröhlich aus. Oh, du hältst sie also für fröhlich. Ja, fröhlich. Hey Cliff, komm mal her. Ich will dich etwas fragen. Was wird das hier? An wen verhöker ich meine Tochter? Was geht's? Nun, du bist hergekommen und... Was geht denn jetzt ab? Was darf sein? Zum Mitnehmen gibt es bei uns nix. Äh, nix bitte. Ich kann mir nix leisten. Du willst nix, wenn du... Wenn du etwas bestellen willst, dann ruf. Ann. Ann. Uh, die große Liebe. Wo ist Ann eigentlich? Sag mal, hat die sich in Luft aufgelöst? Ernsthaft jetzt? Hat die sich in Luft aufgelöst? Ah, so jetzt. Ne, hier ist... Wo ist Ann? Ich komm nie wieder hier raus. Wo ist die Tür? Da. Hier ist aber auch... Hier ist aber auch keine Ann. Wo ist die? Ist die geplatzt? Ganz erst noch mal, wo ist die? Ach, egal. Ihr könnt mich. So. Ich geh nochmal rein. Mal gucken, was jetzt passiert. Seltsame Leute in diesem Dorf. Seltsame Leute. Da bin ich... Als psychopathischer Massenmörder bin ich da... an der richtigen Stelle. Willkommen, willkommen. Wenn du etwas bestellen möchtest, sprich mit meinem Vater. Nö, gerade nicht. Oh, was ist denn das? Maut sie, Mietz. Maut sie, Mietz. Maut sie, Mietz. Habe noch nie von einem Gasthof gehört, der Katzen züchtet. Haben sie sich hier niedergelassen? Warum können die denn... Die haben eine Katze. Was heißt denn hier züchten? Wer bist denn du? Hey, wer bist du? Steht da Juma drauf? Ist da wer ein Juma Thurman Fan? Mir gefällt es nicht auf dem Lande. Das hat ihr gar nichts zu bieten. Lebst du gerne hier? Was für ein Opfer. Nur Opfer leben auf dem Land. Ist da auch wer drin? Ne, da ist nur Mietzemaunze. So. Hallo. Dass du noch nicht eingesperrt bist. Willkommen, willkommen. Bist du gekommen, um etwas zu kaufen? Wir haben all die Saat, die es nicht im Supermarkt gibt. Cool. Oh, schade. Ananas, Kohl, Pfeffer. Warte mal, Ananas war, glaube ich, im Sommer. Und Kohl weiß ich nicht mehr. Pfeffer habe ich auch vergessen. Aber Ananas hatte der nämlich auch im, ähm, in den anderen Spielen. Kohl, glaube ich, ist tatsächlich Frühling. Aber ich glaube, wir können es uns eh nicht leisten. Wie viele Witzel kamen? 500! Geh! Alter, 500 Geld? Ja, man pflanzt sie im Frühling. Ach, okay. Es dauert eine ganze Weile, bis sie gewachsen sind. Aber du kannst die Kohlköpfe für einen Haufen Geld verkaufen. 250 pro Stück. Nett, nett. Ähm, nee, aber ich habe kein Geld. Du willst nichts kaufen? Ich habe kein Geld. Ich bin immer hier. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Hallo, Herr Briefboten-Ding. Na, 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 kleines Päuschen. Oh ja, diese Tageszeit ist absolut Sniesterzeit. Ich weiß nicht, wie ich den sprechen soll. Ach Gott, ich bin... Dieser Typ ist so... Ist so senil, dass er überhaupt es schafft, tagsüber hier rumzulaufen und zu atmen. Das ist mir ein Rätsel. Dass der es überhaupt schafft, einen Fuß vor den anderen zu setzen. So. Aber jetzt können... Natürlich können wir uns jetzt erstmal keine... keine Hühner kaufen. Ist blöd. Ich hätte doch gern Eier. Was aus dem Zusammenhang gerissen sehr seltsam klingt. Bam, bam, bam. Ach ja, genau. Ich hatte noch Sarmäen gekauft. Dafür brauchen wir ja wieder unser Equipment. Na, was kann im Werkzeugkasten sein? Ey, dieser Typ ist einfach... Der ist einfach so... so dement, dass der einfach vergisst, was der überhaupt besitzt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ganz ehrlich. Oh, warte mal. Ich muss doch erstmal... Das brauche ich noch. Und... Das brauche ich nicht. Das brauche ich ganz sicher nicht. So. Aber wir brauchen vier. Wir brauchen vier Felder. Ach, ich mag... Ich mag das Spiel. Ich liebe es anzubauen. Ich finde es so toll. Ich freue mich so. Ganz ehrlich. Ich freue mich total, dass wir das hier gerade zusammenspielen. Da freue ich mich so drüber. Ich hoffe... Ich weiß gar nicht, ob man es merkt. Schön. Eins. Ich breite mich erstmal nach hier aus. In die Richtung... Wo wir erstmal ohne... Oh, okay. Okay, wir machen erstmal nur das eine. Weil ich möchte nicht, dass unser kleiner Freund krank wird und dann in der Klinik landet. Machen wir erstmal das. Mhm. In die Mitte. So. Dann gehen wir mal. Hallo. Hallo. Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Okay. Und wir... Wir machen immer früher Schluss, ne? Meine Nase juckt. Also innen. Boah, was ist ein Sandwich schon wieder? Immer diese Körpermannsgroßen Sandwiches. Und ihr wisst es ja. Jeden Morgen hängen wir uns erstmal vor Assi-TV. Ja. Und nun der Wetterbericht für morgen. Morgens beginnende Niederschläge, die den ganzen Tag anhalten. Der fünfte Tag des Frühlingsveranstaltungen... Gibt's da auch mal was anderes? Fest der Frühlingsgöttin. Ich weiß gar nicht, was das... Neujahrs-Gahala. Kochen extra. Ein fröhliches neues Jahr Ihnen allen. Wir bringen Ihnen heute eine Extra-Ausgabe unserer Kochsendung, in der wir Ihnen zwei Gerichte vorstellen. Unser erstes Gericht ist... Erdbeermarmelade. Zutaten. Erdbeeren. Küchengeräte. Topf. Gewürze. Fertig. Und das zweite Gericht ist... Marmeladenbrot. Zutaten. Die. Erdbeermarmelade, die wir gerade gemacht haben. Und Brot. Fertig. Dann wollen wir mal kosten. Delikat. Also dann, bis nächsten Dienstag. Wie bis nächsten Dienstag? Ach, die Dienstag-Kochsendung? So, und? Leben auf der Farm. Farbe, 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 Farbe. Miss Fein. Ja, Jimmy? Ich kann nur zwei Dinge in meinen Rucksack tun. Gibt es nicht irgendeinen Weg, mehr hineinzutun? Bitte, bitte, bitte. Wenn du dir einen neuen Rucksack im Supermarkt kaufst, kannst du doppelt so viel tragen. Kauf ihn dir also, sobald du es dir leisten kannst. Oh, ich verstehe. Ich kann mir nicht gleich... Ich kann nicht gleich von Anfang... Ich kann nicht gleich von Anfang an viele Sachen tragen. Ich glaube, ich bestelle meinen Barmazon. Das ist günstiger. Oder ich ersteige einen bei Ebay. So, unser lieber Hund darf jetzt raus, weil... Das Wetter ist schön. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Aber wir stellen mal den Hund raus. Und wir müssen ja... Wir müssen ja heute selber ran. Das ist ja eklig. Aber als erstes... Gott, ich weiß gar nicht, wann ich... So ein Stress. Ich fühle mich so gestresst. Weil ich so viele Sachen am Tag machen muss. Ich muss erst die Sachen aus dem Wald holen. Dann muss ich Blumen holen. Und dann muss ich mit ansprechen. Oh, du bist auch gekommen, Alex. Es tut so gut, morgens auf dem Berg zu sein. Sorry, ich muss mich... Ich dachte eigentlich, sie redet ein bisschen mehr. Ich könnte mich ganz verschämt an der Nase kratzen. Na toll. Hallo, Popuri. Auf unserer Geflüge fahren. Kümmert sich Mama um den Laden und mein Bruder um die Hühner. Ey, lauf nicht weg. Papa muss eine Menge Vertrauen in meinen Bruder haben. Der hat mir überhaupt nichts beigebracht. Mach dir nichts draus. Mein Vater hat mir auch nichts beigebracht. Das war dann das Problem. Als, äh... Ich dann da stand, weil mein Vater, äh... Irgendwie dann... Dann... Dem... Halt nichts mehr machen konnte. Weil, äh... Ja. War... Oh Gott, Mist. Weil war halt nicht. Weil, äh... Nicht mehr da und so. Und ich stand da und konnte einfach nichts. Und war einfach zu blöd, die einfachsten Handwerkssachen zu machen. Sag ich nur, danke. Also bringt euren Kindern gefälligst die Sachen bei. Und sagt nicht, äh... Guckt lieber zu. Ich habe nämlich... Wann war das? Letztens irgendwann, ich glaube, fast anderthalb Stunden mit dem, äh... Mit dem Schlauch in meiner Dusche gekämpft. Weil es einfach... Ja. Ich habe drei linke Hände. Und zwar fünf. Mit 18 Zehen. Nein! Och Mann! Ach Gott, jetzt hatte der aber ein gutes Frühstück. Ich bin... Ich bin doch echt, äh... Ich bin zu blöd. Jetzt hatte der Fettwanst nicht nur ein mannsgroßes Sandwich, sondern direkt noch zweimal Bambussprossen. Dafür muss Oma lange stricken, lieber Junge. Und du leistest es dir einfach mal so. Ich glaube es ja nicht. Warte mal. Dann nehme ich direkt mal Blümchen mit. Dann muss ich nicht zweimal laufen. Weil ich hoffe ja, dass wir alles heute schaffen. Und so, ne? Bam, 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 bam. Ich mag den Soundtrack. Ach ja. Können... Ich will... Nein! Dieser... Heute ist nicht mein Tag. Heute ist einfach nicht mein Tag. Es ist einfach nicht mein verkackter Misttag. Es ist nicht mein Tag.